Ich repräsentiere die Firma Akkulux, Witte und Sudor GmbH aus Baden-Württemberg, made im Ländle. Wir stellen explosionsgeschützte Leuchten her, ladbare Leuchten, also für die Fahrzeuge und für die persönliche Schutzausrüstung. Hier die leichteste mit nur 280 Gramm. Wir haben ein kompatibles Ladegerät. Das heißt, es gibt als 1er bis 5er. Wenn man ein Ladegerät hat, dann passen alle unsere Leuchten ins gleiche Ladegerät. Hier haben wir zum Beispiel eine, die hat 400 Lumen. Das ist das hellste, was es gibt. Die hat dann eine digitale Anzeige. Hier sehen wir jetzt das Restlicht von 9 Stunden 22, also Stunden und Minuten. Sie sind auch nochmal unabhängig vom renommierten Fraunhofer-Institut geprüft. Also Qualität, made in Ländle, made in Germany, Fraunhofer und sehr innovativ. Haben ein breites Spektrum an Leuchten, auch Hand-Helm-Leuchten. Hier, die kann man an Helm machen oder in der Hand. Dann kann man hier noch so eine Signalscheibe drauf machen, Flughafen, Polizei. Also da bietet man ein sehr breites Spektrum. Und dann möchte ich nicht unerwähnt lassen. Hier haben wir eine Multifunktionsleuchte. Die hat letztes Jahr den Preis Produkt des Jahres gewonnen. Das ist so wie das Schweizer Messer. Sie hat ganz viele Funktionen. Weite, Breite, Magnete. Man kann sogar das Handy damit aufladen. Also insofern Akkulux, die Marke, qualitativ, hochwertig, innovativ, made in Germany, made im Ländle. nach wie das mit Ländle. An he miαν多少 Mal fast war. Das ist so gemeint. Schauen Sie jetzt aus. Aus angst. Zusagen. AufDI 같은 habt. Krieg. Kenest この jeux Spektrum ist simples, Vielen Dank.